Hallo bei Marc und Punkt 1. Heute zeige ich euch meine besten Kills und viele Grüße an kuscheliger Kater. Und da kommt der Typ schon, wir gehen mal ein bisschen nach oben und jetzt schießen wir. So. Ja. Okay, da ist der Typ. Ich habe ihn getroffen. Er rennt ab. Ja, ich glaube, er krabbelt, er krabbelt. Und er ist tot. Ich glaube, ich stelle das ein anderer. Den schieße ich auch noch ab. Ja, ich habe ihn zwar jetzt nicht gesündet, aber ich krabbel nicht, kann man mal schießen im Fortnite. Ich bin normal. Oh ja, da ist auch schon sein nächster Gegner. Den schießen wir einmal an den Kopf an. Noch einmal an den Kopf und jetzt an den Körper. Jetzt an den Körper. Und jetzt schießen wir ihn kaputt. Bäm. So. Oh, da ist der Typ. Warum treffe ich den nicht? Oh Mann, dann schieße ich halt mit der schönen Rutzigerplinte raus. Oh Mann, ich töte dich. Tod. Schnell. Siehst ihr den da hinten bei diesem Stadion? Warum bleibt der Typ stehen? Was ist das für ein Mensch? Kannst du dich mal bewegen? Ach Mann, es gibt vollidioten Spieler in Fortnite. Das weiß jeder. Egal, ruhig mal. Oh ja. Ja. Boah, der krabbelt aber ziemlich schnell. Mit meiner taktischen Maschinenpistole. Boom. Ey, ich möchte doch mal killen. Warum tüffst du mich? Oh Mann. Warum muss ich jetzt krabbeln? Ich habe doch nichts getan. Oh Mann. Oh Mann. Sie krabbelt auch. Habt ihr es gesehen? So Leute, und jetzt kommen wir schon zum letzten Kill. Danke fürs freundliche Zuschauen. Seht ihr den Typen? Den hole ich noch. Habt ihr den Typen noch davor gesehen? Ich glaube, die verstecken sich von mir. Ja, da bist du ja. Spring doch. Spring. Hab dich eh getötet. Und... FeINGortpodden Kaatsch Ja, da bist du ja. Ja, da bist du ja. Bis zum nächsten Mal.